Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Breakstory. Wir haben die ersten Bilder für das neue Modularhaus für 2020. Die 10270 wird ein Creator Expert Buchladen oder Buchgeschäft, ganz wie ihr es nennen wollt, Bookshop im Englischen aus 2.504 Teilen und angeblich zu einem Preis von 159,99 Euro hat Lego uns jetzt auf der Singapur Comic Con. Ich bin mal gespannt, ob es da vielleicht noch irgendwelche Exklusivsachen gibt. Bis jetzt ist da noch nichts angekündigt, aber dort wurde jetzt dieses Modular präsentiert und ihr seht hier das Bild. Es sieht fantastisch aus. Ich finde es sieht einfach grandios aus. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben hier vorne so eine schöne Birke noch mit als Baum dabei. Da hängt ein Flugzeug, so ein Spielzeug, Flugzeug von dem Jungen drin. Finde ich super. Da sind solche Vögel drin. Sieht klasse aus. Dann haben wir hier zwei Haushälften. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch auseinandernehmen und dann halt meinetwegen da auch das Diner dazwischen tun oder so. Das geht alles. Ihr könnt hier vorne den Schlitz sehen. Das sind zwei separate Platten. Ich glaube 32 mal 16 Platten sind das dann jeweils. Das ist aber noch nicht das Beste. Schaut euch einfach mal an, wie cool das aussieht. Also mir gefällt diese Fassade richtig gut. Ich finde es toll, dass jetzt mal einfach wieder so ein ganz normales Wohnhaus mit dabei ist in der Creator Expert Reihe. Und vor allen Dingen guckt euch hier diese Treppe an, die da so schräg nach oben geht. Dann ist hier noch mal ein Blumenbeet mit. Dann ist da so ein kleiner Erker, sage ich mal, der da so rausguckt. Ich finde, es hat so ein bisschen was von dem früheren Pet Shop, den wir damals hatten. Und es ist eigentlich der Pet Shop in Gude. Und das gefällt mir einfach richtig gut. Was ihr auch noch sehen könnt, hier haben wir natürlich den Arch Book Shops oder Birch Book Shops, genau. Ach, wahrscheinlich, weil da die Birke vorsteht. Und ich denke, ich weiß nicht, ob das ein Aufkleber ist oder nicht. Das werden wir dann noch im Laufe der Zeit genauer sehen. Was da genau drin ist, werden wir auch noch sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir uns genau drin ansehen dürfen. Was auch noch ganz cool ist, ich glaube, das ist ein Bartteil normalerweise für irgendwie so Zwerge oder bärtige Minifiguren, was ihr hier oben bei dem Nest von dem Vogel sehen könnt. Vielleicht ist es auch ein neues Teil, wer weiß. Finde ich auch ziemlich spannend. Ich finde auch diese Rundung oben an dem etwas größeren Haus. Ziemlich cool. Was mir allerdings nicht so gefällt, und das ist jetzt auf Instagram aufgetaucht, ein neues Video, sage ich mal, von einem 360-Grad-Rundum-View dieses Sets. Und wenn man das mal einfach laufen lässt, sieht man, dass das hinten, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, nicht so ganz ausgereift aussieht. Das finde ich ein bisschen schade. Also dieses, erst mal hier diese Treppe da unten, das sieht aus wie Minecraft. Dann oben die Dächer, da sind einfach nur ganz normal, das ist einfach nur die Platte oben draufgelegt. Das sieht aus, als ob es total unvollständig wäre. Gleiches gilt dann hier für das rote Dach halt, was nach oben zuläuft. Das war, also das war beim Diner schon wesentlich besser gelöst. Dann finde ich hier dieses Dachfenster, ja, das ist noch ganz in Ordnung, aber irgendwie, irgendwie ist es so ein bisschen lustlos gestaltet, finde ich. Und zum Beispiel beim Diner, wie gesagt, fand ich es ein bisschen besser. Was man dann hier auch noch sehen kann, da geht es offensichtlich unten in so eine Art Keller rein. Da bin ich gespannt, ob es da noch irgendwelche coolen Funktionen gibt. Vielleicht gibt es da irgendwie so eine, weiß ich nicht, eine Leseecke für die Kinder, dass die da unten Bücher lesen können oder sowas. Gab es ja auch schon beim Detektivbüro, dass man da halt diese Keksfässer da durch die Gegend schmuggeln konnte. Hat mir sehr gut gefallen. Und wenn wir es hier jetzt noch mal rundherum laufen lassen, sieht man auch, dass man hier an der Seite noch sowas Schwarzes sozusagen drin hat. Ich gehe mal davon aus, dass es dann ein Kamin sein wird. So, das war's aber erst mal soweit zu diesem neuen Modularhaus. Ich bin gespannt, wie es von euch aufgenommen wird. Man kann ja da oben mal eine Umfrage einfügen. Da könnt ihr einfach mal abstimmen, wie ihr das findet. Und wie gesagt, falls ihr keine neuesten Lego News oder Angebote mehr verpassen möchtet, wir haben jetzt einen Brickletter ins Leben gerufen, bei dem ihr euch kostenlos anmelden könnt und das Ganze dann immer direkt per Nachricht aufs Handy bekommt. Die Leute wissen das zum Beispiel auch schon seit heute Morgen, dass es jetzt dieses Modular gibt mit den Bildern. Könnt ihr euch gerne zu anmelden und ansonsten noch einen ganz schönen Tag und bis dahin. Ciao.